Die neuen OASE Gartenpumpen ProMax Garden Classic und ProMax Garden sind echte Multitalente für die Gartenbewässerung. OASE ProMax Garden Classic – die kompakte und robuste Gartenpumpe für viele Anwendungen rund um Haus und Garten. Ideal zur Gartenbewässerung, zur Regenwassernutzung aus Zisternen, Brunnen oder Regentonnen. Die ProMax Garden Classic saugt das Wasser aus Tiefen bis zu 8 Metern an und ist über den leicht zugänglichen Schalter auf der Pumpenoberseite sofort einsatzbereit. Das Pumpengehäuse aus Grauguss sowie der stabile Standfuß sorgen für ruhigen Lauf und geräuscharmen Betrieb. Das Eigengewicht und die Konstruktion aus hochwertigen Materialien machen die Pumpe besonders robust und belastbar. Die Kombination aus Pumpleistung, Stromaufnahme und der Wasserdruck von mindestens 4 Bar bieten optimale Leistung für eine Vielzahl von Bewässerungsaufgaben. ProMax Garden Classic Gartenpumpen fördern Wasser mit bis zu 4.300 Litern pro Stunde und können bis zu drei Regner betreiben. Oase ProMax Garden, die vielseitige Gartenpumpe, verfügt über umfangreiche Zusatzausstattung für mehr Komfort bei Installation und Betrieb. Das Außengehäuse aus hochwertigem Edelstahl sorgt für eine optimale Wärmeableitung bei längerem Pumpenbetrieb. Der oben liegende Schalter ist von überall zugänglich und ermöglicht so verschiedenste Einbausituationen. Über den integrierten Vorfilter werden Schwebeteilchen und Partikel sicher aus dem Wasser herausgefiltert. Über den Filterdeckel lässt sich der Filtereinsatz bequem und einfach reinigen. Gleichzeitig bietet er eine großzügige Öffnung für die Wasserbefüllung bei der ersten Inbetriebnahme. Das integrierte Rückschlagventil lässt sich zur Befüllung der Pumpe bequem über den Ventilöffner öffnen. Das Pumpengehäuse aus Kunststoff, spezielle Schwingungsdämpfer sowie die strömungsoptimierte Konstruktion sorgen für ruhigen, geräuscharmen Betrieb. Die robusten Messing-Innengewinde der Anschlüsse ermöglichen professionelle Verbindungen von Saug- und Druckleitungen mit der Pumpe. Die ProMax Garden 6000-5 ist das leistungsstärkste Modell. Für besondere Laufruhe und einen Druck von bis zu 6 Bar ist sie mit 5 Laufrädern ausgestattet. Zudem verfügt die Pumpe über eine LED-Statusanzeige sowie einen sensorüberwachten Trockenlaufschutz. Oase ProMax Garden und Garden Classic – die neuen Gartenpumpen für die effiziente und bequeme Wassernutzung im Garten. In 5 Leistungsstufen von 2800 bis 6000 Litern pro Stunde. Die Pumpen eignen sich auch für die Nachrüstung in bestehende Anlagen und lassen sich mit einem Druckkessel und einer externen Steuerung kombinieren. Erleben Sie leistungsstarke Qualität. Engineered in Germany. Oase. Living Water.